Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Prototype 2 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und weiter geht's. Viper 1-2. Hm, besser auf meine Viper 1-2-Suit. Viper 1-2, das ist Checkmate. Wie kopiert? Checkmate. Du bist um einen Gentech-Recher namens Bellamy in die Green Zone, die Koordinatoren transmitiert. Bellamy ist ein Gentech-VIP. Er kommt aus Heller's Reach ist paramount. Ich verstehe das. Und wenn du sogar denkst, dass du Kontakt mit Heller hast, dann bist du heiß. Son of the Filch, daum. Ja, wenn der wüsste, dass wir Heller sind, ey, dann begeben Sie sich zum Convay-Sanne-Bereich. Jetzt hab ich dich. Blackwatch? Äh, ich meine, Viper, es ist Dr. Ted Bellamy. Ich bin supposed to get evac'd out of here. Where is my evac-Team? Äh, over. Thank you. Dr. Bellamy, this is Viper. We have a helicopter on route to pick you up. Should arrive in 3-5 Mikes. That means minutes. Genau. Not if I can help. Nicht, wenn ich mitreden kann, meine Freunde. Bin schon auf dem Weg. Was ist das? Was macht? Was ist los? Ach so. Setzen Sie den schwarzes Loch Angriffe. Ich hab doch gar kein schwarzes Loch. Was ist das? Was ist das? Ah, nein. was ist denn da steht auch nicht wo ist der helikopter das helikopter ich weiß nicht was der schwarzloch angriff war wer endlich sieht den alarm ich weiß jetzt nicht was der schwarzloch angriff war den hab ich nämlich nicht ey ich weiß nicht was das für ein angriff war ich hab den nicht wir haben Bellamy, Cowboy ist weg als wir sprechen ich kann nicht glauben dass ich mich mit solchen Brüten lass mich sagen, du spielst du spielst, oder? bleib deine piehose shut, Doc oder ich versuche, ich werde dich ab und schrauben dich hinter uns was passiert da? lass mich sehen set dich an, Doc ja, Clown sind gegen, ich weiß ja, ich bin doch schon da, Junge, ich erlöse dich gleich was, nein rennen wir mal, wo rennt der nicht? rennen wir mal, wo rennt der nicht? was ist denn los hier? was ist denn los hier? das ging ja schnell ja, das ist ja, das ist ist das eine Falle, oder was? äh, gut, dann werden wir nochmal hier 1, 2 aufnehmen einfach ein bisschen äh, wo ist denn der Panzer, wo ist denn der Panzer, wo ist denn der Panzer, wo ist denn der da ist der Panzer? da ist der Panzer da ist der Panzer sooo gut, dann würde ich mal sagen, wir verpissen uns mal ich würde sagen, Alarm beendet guckst du so böse ja, was soll das denn Laborator Mission abgeschlossen gut, ich müsste ganz kurz nochmal was machen, wo geht's weiter? ich würde sagen, wir nehmen mal da hinten das große, dicke, fette G ich weiß, das funktioniert da hinten ist gut, das ist ja hier gleich nach der Ecke ich weiß, das ist ja hier ja 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 definitiv nicht erlösung Blackguard wird heller und alle Türen die im Helden, bevor er Operationen stoppt das ist ja ja wir sind in der Kirche oooh ja 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 Die Schwerpunkte sind verpflichtet. Beide auf den Schwerpunkt des Erkrankungsstabschlusses. Ihr seid auf beide Beine klar und auf beide Beine klar. Ich werde euch so dermaßen... ...meins... ...nummer 2... ...ich werde euch so dermaßen zum Essen verspeichen. ...hoffen... ...und... ...daugheirobein, was für die Erkrankung ist. ...ich zumindest neugierig. Super, mehr Fleischwerderse. Ich wundere ich, ob das auskommt. Dragone, ich bin Hammerhead42. Wir haben auf der Kirche gekommen. Welche Leuchtenplätze ist? Ich bin gerade hier. 4-4! Die Hohstelle ist auf den Barsch! Halt ihn! Halt ihn! Oh, verdammt! Die Hohstelle ist weg! Die Hohstelle ist weg! Die Hohstelle ist 542, mit Chompern und 4-armorien hinter ihm. Komm schon! Na komm schon! Erwoll! Erlegig! Ah, jetzt kommen sie mal aus der Luft! Die Penner! Äh, wüpp! Das nehmen wir mal! Und dann wo ist er in der Rückschraube? Drago, das ist Mako 2-3! Erlegig! Nuh-uh! Nein, du verdammt nicht! Erledigt! Das ist jetzt escalated quickly, würde ich mal sagen! James, hi! Was nu? Äh, noch mal Panzer! Wo sind sie denn? Ach, die kommen von da! Wir kommen von da! Alter, das sind ja richtig viele! Was ist hier? Nein! Da, komm! so liegst du noch hier arsch na komm her hier geht es ihm diese schweine ich mag ihn trotz allem mag ich ihn bis es über mission abgeschlossen die erlösung james ich gehe nach der grünen zone es ist viel safer ich gehe nach der grünen zone ich gehe nach der grünen zone ich gehe nach der grünen zone ich gehe mal in die richtung da wird es mehr und da wird es weniger wird es immer weniger wird immer weniger ich gehe nach der grünen zone ich gehe nach der grünen zone ich gehe nach der grünenzone so kann man ja ich muss mit dem reden und habe ich ein bisschen level ab ein bisschen nahrung wieder hier muss ich auch mal reden gut knut dann schauen wir mal was gibt es denn da nur langweilig mg zugriff auf blacknads ein körper ist stanley carter ich glaube den hat man noch nicht anmelding erforderlich das sollte natürlich jetzt suchen dann ja agma den mal wieder dann gehen wir mal da drüben auf das es kommt von da zurück es kommt von da zurück wenn ich mich nicht täusche ich bin bei sowas immer räumlich ist bei mir echt schwer was haben wir hier wo kommt denn das bescheuert es kommt doch von da es kommt von da unten irgendwo und da kommt das da hinten da mauer da ist er doch da ist er doch da ist er da ist er Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Vielen Dank.